Was der Muslim sagt, wenn er einen Muslim lobt. Er, der Prophet, Friede und Segen auf ihm sagte, wenn einer von euch unbedingt einen Gefährten loben möchte, soll er sagen, ich schätze den so und so, für so und so. Und bei Allah liegt seine wahre Einschätzung. Und ich halte niemanden vor Allah für rein. Er scheint mir so und so zu sein, wenn er dies tatsächlich von ihm weiß. Und ich halte mich.